Hallo und herzlich willkommen zurück, will ich hoffen, denn das würde bedeuten, ihr habt letztes Mal zugesehen, wie der Wolfram fast verhungert ist. Bin ich fast verhungert? Das sind die Drüsen. Ja, du und deine Drüsen. Ja, was machen wir heute? Eigentlich wollte ich... Oh, Kinsey, 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 wo bist du? Kinsey! Was ist denn? Komm, mit in den Keller. Okay, ja der Harvester arbeitet nämlich anscheinend. Letzte Folge haben wir vielleicht gesehen, dass der Harvester ein Error hat. Du hättest auch, er geht komplett rum, du hättest auch einfach von der anderen Seite reinkommen können. Aber da sind doch, da sind doch, da sind doch Scheiben, dachte ich. Äh, nein. Von der anderen Seite in den McDonalds hättest du kommen können. Ach, ja. Wir müssen noch Covers drauf. Oh, funktioniert es? Warte, jetzt, guck drauf, guck drauf. Yeah. Ist fertig, jetzt können wir auch kräften damit oder was? Also wir müssen erst Kisten fahren, oder? Ja, wir müssen, nee, Kisten sind, nee. Siehst du da das kleine Ding mit dem grünen Punkt? Ah, das ME Drive hast du entwickelt. Ja, das ist gut. Aber da musst du ja noch ME Chests reinkommen. Also eine Chests. Nein. Wie viel hält denn ein Drive? Ein, ein Spot? Keine Ahnung. Probieren wir es aus. Wo ist der Crafting Terminal? Ist da, da kann ich auch, da habe ich auch Zugriff auf den Drive. Die anderen haben Besuch. Ja, da gehen halt 1024 Beids drauf. Also 1K. Also ich habe jetzt... Das waren jetzt 16K. Ja, das waren 63 Dirt. Nicht besonders viel. Ja, gut, geht doch. Ja, machst noch ein paar mehr. Am besten. Was? Ja, komm, alles kriegen wir da nicht rein. Der Weihnachts... Ja, das ist ja auch noch nicht komplett fertig. Das ist nun mal einsatzbereit. Aber ich finde es toll, was du da gemacht hast. Ganz toll, finde ich das. Dann wunderbar. Die anderen haben Besuch, aber von jemandem, der brummt und was auf dem Rücken hat. Komm, wir gehen mal gucken. Ach, die haben Besuch von so einem, ähm, von so einem, wie heißt denn so... Ähm, so ein Wisp. Nee. Ein Oga? Das wird brummeln und hätte eine Kiste auf dem Rücken. Ach, die haben so einen, wie heißen die? Ich komme nicht drauf. So einen kleinen. So einen fiesen. Sag mal, die sollen den hauen. Der macht die fertig. Ein Imp? Eventuell. Nee, das ist... Ein Imp? Ich weiß nicht, ob die Imps heißen. Kann sein, das kann sein. Kann gut sein. Also du kommst gar nicht mit, ich gehe alleine rüber, okay. Nach, ich komme mit, aber ich habe gerade Hunger. Deswegen ist er so langsam. Und es ruckelt. Und es ruckelt. Also, also bei mir ist das Hungerproblem auf jeden Fall jetzt, ähm, bewoben. Ich habe seit Anfang der Folge, was jetzt drei Minuten sind, einen halben Hungerball verloren. Und vorher hatte ich da schon, äh, quasi fünf Hungerballen verloren. Einen noch. So, jetzt kann ich da sein. Er scheuert, äh. Ah ja, rennen, kann ich auch, genau. Hat es vergessen. Ich glaube, ich töte ihn, ich habe ja Tokis Revenge. Gibt's die immer noch? Ich habe nur Tokis Akt. Wo ist denn der? Ach, das ist aber schön. Die sind wahrscheinlich wieder auf ihrer Plattform am, äh, rumlaufen. Okay. Der sieht komisch aus. Also der Mittelbereich ist echt schön geworden. Den müssten wir dann noch weiter tunen. Hey, der Weihnachtsmann. Oh, der sieht böse aus. Der ist auch nur nett, wenn man ihnen ein paar Diamantblöcke zuwirft. Ach, die sind das. Nicht hauen. Lol. Geil, oder? Was will der? Brummt nur rum. Brummt nur rum. Habe ich nur Dias dabei? Da kannst du den mitnehmen, ne? Kannst du den, glaube ich, mitnehmen. Der läuft dir, glaube ich, hinterher. Ah, der Schneckball ist schon ein Diamant am holen. Gucken, ob der jetzt da drauf reagiert. Ja, der reagiert auf alles, was auf dem Boden liegt. Ah, da hat's einen. Dann haben sie also hier einen Towncraft-Wald. Weil der spawnt nur einen Towncraft-Wald. Ja, aber wo ist denn hier überhaupt ein Wald? Äh, ja, äh, wieso kann ich nicht? Na, mach ich halt so. Ich schmeiß ihn mal in den Sand hin. Bitteschön. Ja, komm, ich mach mit. Komm, komm. Ey, die Pilzku. Ah, der kommt jetzt hier durch. Komm, wir gehen uns ein goldenes Lasso-Craften. Ja. Achso, ich hätte einen Command eigentlich. Nee, ich will den Fub gar nicht haben. Na gut, lassen wir das. Dann viel Spaß. Jetzt war Brainiac schneller. Oh, Eisen. Ah, Mist. Komm zu mir. Oh, na gut, okay. Mach ich weiter mit meinem Kram. Gehen wir nochmal zurück. Soll ich mal fies sein? Nein. Ja, doch. Doch. Soll ich mal ein Stück Glas wegnehmen? Nein. Nein. Ich hab gedacht, du wolltest was schreiben. Nein. Nein. Wenn dann richtig. Hui. Oh, ich sehe unseren Blutaltar schon von hier. Blutisch. Na übrigens, sorry, dass ich in den letzten zwei Folgen keine Musik hatte. Ich hab's irgendwie einfach verrafft. Ich weiß auch nicht, warum meine Musik gerade nicht weiterläuft. Ich glaube, ich muss mal kurz Pause drücken. Pause. Ich hab random an. Schaffe. Aber nicht die Aufnahme pausieren. Das hatte ich aber gerade eben schon. Okay, nehmen wir das. Du hast die Aufnahme pausiert. Ja, das auch. Nein, den Sound. Den Sound? Das. Das Musik. Äh. Sound. Oh, hallo, warte. Die Ratte klettert gerade hoch. Hallo, Ratte? Ja, die Ratte klettert gerade hoch. Ich glaube, die hat wieder Angst vor ihrer Schwester. Hm. Ja, eine böse Schwester. Du, 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 du. Eine böse Zwillingsschwester? Nee, Zwillinge sind sie nicht gerade. Die eine ist gelb und die andere Husky. Eine Krate, die so groß ist wie ein Husky. Eieieieiei. Womit füttern die die denn? Ey, weißt du was? Dein Hungerproblem ist, glaube ich, auf mich umgestiegen. Quatsch. Oder ist es, weil ich so viel renne? Du bist gerade so viel gelaufen. Ja, stimmt. Ich habe heute auch meinen Hungerbalken halb ungefähr geleert. So, was brauche ich denn jetzt? Dieses Terminal kommt jetzt mit nach oben. Joink. Na, kommst her. Joink. Batz. Jetzt haben wir hier so eine hässliche Wand. Zack. Es funktioniert, oder? Also, der sollte eigentlich... Nee, da müsste doch eigentlich was... Hast du den Dirt unten wieder rausgeholt? Wo? Aus dem Lagersystem? Ja. Ah, okay. Ja gut, dann ist... Ja, es ist leer. Gut, dann kann es auch nichts anzeigen. Hihi. Freak. Ey. Was? Was ist denn los mit dir, Harvester? Der funktioniert nur sporadisch. Das nervt mich. Das nervt mich. Machen wir erstmal einen schönen Storage da rein. Das nervt mich extrem. So, ich mache jetzt alles weg. Was ist das? Ja, ja. Jetzt kommt die Halleluja-Musik. Geh weg. Oh, Mann. Jetzt wusste ich, dass es kommt. Oh, Mann. Was machen wir denn für ein... Also... ...Oberage... Oh, die? Die sind groß. Hier... Wächsten die. Und da wächst auch Crubs. Aber was ist hier los? Warum? Oh, willst du mich verarschen? Ey, was braucht man denn dafür alles? Er ist schon wieder voll mit Sludge. Und die Drama ist leer mit Sludge. Gut, ähm, vielleicht muss ich den Harvester einmal nur... ...neu hinstellen. Vielleicht geht es dann, ja. Ich brauche noch viel, viel mehr Silikon. Ist ja ne Arbeit. Hier sind noch ein paar Rubber-Trees, die müsstest du dann mal kurz manuell... Rubber, rubber. Rubber, rubber. Wenn du keine Angst hast, kann ich dir... Angst. Wenn du keine Axt hast, kann ich dir meine leihen. Aber wenn du lieber meinen Hammer willst, kann ich dir auch meinen Hammer leihen. Kommt grad nix an bei dir. Irgendwie ist der TS im Arsch. Nö, nö, schon alles gut. Hä? Oh, ein Server lagt auch extrem. Alter Schwede, ich glaub, äh, ist irgendwo der Wurm drin. Er ist im Arsch. Ich versteh dich kaum. Ach so. Jetzt versteh ich. Wir haben den eingesperrt, die Gemeinen. Oh, sind die fies. Wir haben den eingesperrt, die Gemeinen. Ja, wenn die Pech haben, kommt bald die Zauberer-Version davon. Und dann geht's aber steil. Will der den befreien? Ja. Ah, okay. Ich hab schon wieder Klassiker, jetzt lass ich die Klassiker an. Zack. Kizzy. Ist gut. Au. Au. Kann ja gar nicht runterfallen, weshalb hab ich denn Angst. Was ist hier los? Also, das wundert mich doch sehr, was hier geschieht. Ach so, das ist, weil der jetzt neu gesetzt wurde und kein Strom hatte. Okay. Dumm, 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 dumm. Ich rall's nicht. Ich rall's nicht. Ich mach mal den alten Plan weiter. Meinen alten Plan hier mit dem Teich. Bees and Trees? Nein. Oder was ist dein alter Plan? Mein alter Plan mit der Sludge-Kiste hier. Ja, mit dem, mit dem ganzen Harvester-Gedöns. Äh, Gold, Gold, Gold. Vier Stück. Ja, drei Stück sollten wir langen. Okay, das krieg ich doch hin. Ich bin mir eigentlich nicht sicher genug. Ich mach lieber eine hundertprozentige Wasserfall. Guck mir das noch. Da läuft's weg, da läuft's hin. Dann fehlt da noch was. So, Silikon haben wir Gold, brauche ich dann vier. So, Schluss mit dem Schnee-Leben. Runter mit dem Wasser-Leben. Hehe, Döde-Leben. Ach ja, klar, ich krieg'n Leck, wenn ich ins Wasser spring. Warum leckst du denn rum? Äh, ich weiß aber nicht. Hey, fix. Ah, Schietegacke. Na, so ist das nicht geplant. Ah, nein, das mag ich nicht. Das ist nicht gut. Nein. So, jetzt das wieder weg. Dö, dö, tch. So, was brauch ich jetzt noch dafür? Äh, Redstone-Glas. Verdammt, ich brauch' Redstone. Ich muss noch mal in die Hölle. So verwöhnt sind wir schon. Ja, so verwöhnt sind wir schon. Das war doof. Das war... Dann lade ich doch meinen Jetpack vorher nochmal auf. Nicht, dass mir etwas Böses zustößt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Wasser runterläuft. Meine, meine, die, 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 die dabei ist. Meine, 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 meine. Meine, meine, meine. Ach, doch, läuft runter, alles klar. Zack. Oder nee, ich habe eine andere Verplanung. Ich mache vorher einen... Äh... Golden Bag of... Ah. Hm? Bag... Da ist er doch. Magic Wood. Wo gibt's das her? Ja. Hm, 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 hm. Viel Spaß beim Herstellen. Danke. Das war Sarkasmus. Okay. Ich brauch Bücher, Holz... ...und Gold. Okay. Ist doch machbar. Was? Das war doch komplizierter. Sonst mal vielleicht erst mal nachgucken, wovon man hier den anderen auslacht, hä? Hä? Du Puppelkopf. Magic Wood. Was? Oder war das was anderes? Wie hieß das? Anscheinend. Und das da finde ich jetzt nicht so schwer. Ich suche jetzt nur Wood. Ach, das reicht aber viel. Zehn Seiten. Wie hieß das? Magic Wood? Oder? Ja. Ich hab doch Magic Wood. Wie viel brauche ich denn jetzt da? Ich brauche vier Bücher dafür. Magic Wood, doch so geschrieben. Ne, acht Bücher. Acht Bücher. Magical Wood heißt es. Sorry. Ah, daraus kann man auch Bücher machen. Blank Pattern. Das ist ja super. Verzauberte Bücher brauchst du. Ja, aber dafür brauche ich ja erstmal Bücher. Und dafür dann einen Verzauberungstisch. Na gut, der ist auch nicht so schlimm. Ne, brauche ich nicht. Da ist noch mehr Papier. Juhu. Okay, ich kann die Klassik nicht mehr hören. Scheiße auf Strauß und Co. Hat ja lange gedauert. Oh, was willst du mich verarschen mit deiner Random Playlist? Eine kleine Nachtmusik. Ich muss die Klassik da rausnehmen. Das gibt's nicht. Oh, das gibt's nicht, ne? Ah, neu. Das mag ich nicht. Das ist doch auf Random geschaltet. Warum machst du denn nicht Random? Jetzt spielst du natürlich die längsten Lieder ab. Das sind die ganzen Klassikstücke. Das will ich auch nicht hören. Ja, das kann ich mir antun. Ja. Danke VLC für die Musik. Ey, ey, ey. Sei mal nicht so pissig. Oh, der Kind hat ja auch noch Papier in seiner Truhe. Ich hol mir das mal, ne? Da muss ich erst einen Tank ranhauen. Äh, hau rein. Okay, schweigen heißt, äh, schweigen heißt ja. Hau rein. Also, da muss ich jetzt... Und Strings brauche ich noch. Oh, geil! Strings werden angezogen. Zack. Ja, da kann ich, könnte ich, aber da müsste ich dann... Gut, dann brauche ich den erst noch mal ab. Hm, so, so, so. Fünf Bücher, verdammt. Da fehlt aber noch was. Wo dran hängt's? Ja, da kann ich Sludge rausnehmen. Und wenn ich den Sludge jetzt da reinpacke, kann ich dann noch mehr Sludge draufpacken? Ja, so kann ich Sludge zerstören. Oh, Mann. Doch. Er arbeitet daran, Sludge zu schütteln. Das hat's zu fassen. Ja, ich kann den genau wie Wasser übereinander packen. Und jetzt haben wir hier eine Sludge-Grube. Ups. Füllt sich aber sofort nach, ey. Weil so viel denn in den... Ja, Sludge ist hartnäckig. Ich brauche Papier. Ich habe doch vier Eimer hier. Da kann ich doch ein bisschen mit arbeiten. So, und weg mit dem Sludge. Sludgey-Batschi. Nein, falsch. So. 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 Was machst du denn du? Aber ich würde es schon cool finden, wenn der Sludge-Boiler auch was produzieren würde. Und da ist der Rechner wieder am Abgehen. Oh. Yeah, man. I can listen to it. Yeah. Ruck a muffin. Ruck a muffin? Ruck a muffin. Maruck a ruck a muffin. Wie lange das einfach dauert, bis diese Sugar Canes hier gewachsen sind. Wir brauchen mal mehr Sugar Canes. Wo bist du? Ich gebe dir meine Gießkanne. Ja, die habe ich gerade hier benutzt, aber das dauert ziemlich lange. Ja, Sugar Canes dauern halt. Mh. Aber wir könnten doch irgendwo noch Sugar Canes anpflanzen. Das müsste doch nicht so kompliziert sein. Komisch. Das geht ja wieder nicht. Sugar Canes, Sugar Canes, wo pflanzen wir Sugar Canes an? Der Farm? Da haben wir Sugar Canes. Mh. Und der Kind sagt einfach mal nix. Nö. Ich dachte, wo ist das? Ist schon so lange her. Ja, habe ich auch manchmal das Problem. Okay, ich habe genug Sugar Canes. Ja, das denke ich. Ähm. Okay, ich muss den Harvestern nochmal abhauen. Abhauen. Oder steht da? Oh, hau, er hab. Oder war der, ne, verstopft sein kann der eigentlich auch nicht. Hehe, der Harvest hat verstopft. Ah, gute Folgen, Arme. Bitte? Ich verstehe es nicht. So, L, Papiros. Zack. Ja, 54 Papier sollten dann reichen. Golden, zack. Äh, da. Und da, und da, und da, und da, und da. Eins, zwei, drei. Das reicht. Äh, Smaragde sind da. Fehlt ja auch nur die Arbeitsanimation. Die Arbeitszeit? Nee, ähm, du weißt doch. Ähm, in den Maschinen ist immer so ein, so ein, so ein Balken, der zeigt, dass er arbeitet. Der Warp behalten halt. Oh, Mann. Aber der, da passiert nichts. Jo, hast du gerade im Chat gelesen, ich glaube, die haben dem jetzt wirklich ein, ein Haus gebaut. Und einen Namen gegeben. Ist doch cool. Ich finde es witzig. Oh, ich brauche noch Sexbücher, verdammt. Was, Sexbücher brauchst du? Ja, Sexbücher. Hast du noch welche? Äh, nein. Das heißt, ich brauche aber noch ein paar von denen. Oh, ich kann den Harvestab halt nicht mehr sehen. Der geht mir auf den... Wie heißt er denn? Brauchst du noch Rubber? Nico, Klaus. Ähm, ja, später. Also nicht jetzt, aber später. Dann helfe ich dir bei deinem Vorhaben. Also ich bin eigentlich jetzt gleich soweit hier. Okay. Ich verstehe es. Eins, zwei, drei, vier. Ah! Vögel doch die Henne. Was, was fehlt mir? Wovon habe ich zu wenig? Lenk, Pattern. Ist klar. Oh, es gehen mir die Hühner da im Hintergrund auf die Nüsse. Nüsschen, meine Nüsschen. So. Bam. Sechs Bücher. Wurde ich den? Winchi-Liney. Der Planter geht mir auch ein Sack. Jetzt brauche ich noch Gold. Ja. Oh, ja, hier ist der. Aller, habe ich gerade gesagt. Die Playmine. Jure. Ne, es ist ja der... Ja, ich glaube schon. Das ist ja der andere blöden Hammel hier. Der Harvester geht mir auch auf den Nerven. Du musst übrigens auch gleich die Abmod schon machen, denn wir sind schon bei 22 Minuten. Man könnte sagen, es gibt Zeit, es gibt Zeit. Ist auch noch runtergefallen. Hast du mich vernommen, meine Schätzelein? Ja, jetzt ist da ein Baum gewachsen und ich kann nicht mehr raus. So eine Scheiße. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen beim Nichtstun. Jedenfalls bei mir. Wenn ihr beim Noturka zugesehen habt, habt ihr bestimmt wieder irgendwas Produktives gemacht. Äh, ja. Aber ich komme hier einfach nicht voran. Magical Wood halt. Ich komme hier nicht voran mit meinem Harvester. Vielleicht schaffe ich es nächstes Mal. Vielleicht kann ich den Fehler finden. Ich weiß es nicht. Ich baue jetzt nächstes Mal erstmal die ganzen Bäume ab. Und dann schauen wir mal weiter. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und morgen wieder einschalten, wenn es heißt Skysolated mit dem Kinsey und dem Noturka aufs Brot. Tschüssi. Das bin ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.